Seine Oberfläche ist übersät mit Xenotarfen, die aus einem Material geschnitten wurden, das es auf dem Planeten nicht gibt. Offensichtlich wurden sie hier von einer künstlerisch geneigten Rasse klassiert. Die fließenden Linien der Monolithen stellen geschickt eine derartige Fantastische Geschichte nach, dass sie sich dabei um Fiktion handeln muss, oder? Für die Archive auszeichnen gibt es uns Ingenieurforschung oder Wunderschön. Ich glaube, das ist ein dauerhafter Bonus auf Zufriedenheit. Oh, wir haben eine Xenophile-Fraktion, das finde ich, genau, Xenophile-Bewohner, das finde ich nicht einmal so schlimm. Das mir auch gerade einfällt, wir können. Ausrufernde Slums, da kriege ich nicht einen Bewohner. Das mir gerade einfällt. Ne, das ist mir gerade eingefallen. Ich komme durcheinander. Fraktionen, wir haben jetzt eine Xenophile-Gesellschaft. Neuer Kontakt, integrierte Enklaven. Wir haben keine Enklaven, also wir sowas. Die Curators zum Beispiel sind eine, wenn wir so eine in unserer Grenze haben. Keine Säuberungen. Sollen wir Säuberungen verbieten? Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn andere Völker in meinem Reich wohnen, sondern halt nach meinen Regeln leben. Und es gibt eigentlich keinen Volk, dass ich hier... Die Amazonen könnten schwierig werden. Weil sie eben auf anderen Planeten nicht leben können. Aber... Ansonsten würde ich sagen, Richtlinien... Zäuberung verboten. Komm. Wir sind mal so frei. Heute werden wir die Xenos nicht ausrotten. Nennt eure Absichten, Biest. Let's be xenophobic. It's really in this ear. Materialistische Narren. Ja, weil sie spiritualistisch sind. Grenzkonflikte unserer Rivale. Eigentlich müssten die uns doch auch aber dafür mögen, dass wir auch Militaristen sind. Hm. Komisch. Wie sieht es bei denen aus? Die haben drei Kolonien. Mit 41 Bewohnern. Was ist mit uns? Wir haben... Oh ja, man kann es nicht sehen. Drei Kolonien mit 36 Bewohnern. Taktischer... Wat? Oh, das sind nochmal Arian-Schiffe. Aber das ist okay. Das sind nur... Post-Mutso-A, ne? Das heißt, die gehören zu keinem... Keinem der Völker. Also mir gefällt gerade echt nicht, wie sich das hier entwickelt. Wir müssen da schnell was unternehmen. Wir breiten uns mal in die Richtung aus. Konstruktion complete. Ach genau, und ich wollte die hier verbessert haben. Konstruktion complete. Und wir brauchen einen... Oh, wir haben schon wieder keine Energie. Energie ist so eine Sache, stelle ich fest. Wir brauchen einen Anführer für unsere erste Zenturie. Flottenlogistiker, ganz ehrlich, holt euch keinen Admiral der Flottenlogistiker ab. Das bekommt er irgendwann von selber. Anpassungsfähig wäre gut. Schwindler, Schadensrisiko, Not-Überlichgeschwindigkeit wäre minus 15%. Rückzugs-Rückzugschance. Könnte Verluste minimieren. Und dass ein Verlust ist, können wir uns halt überhaupt nicht leisten. Und es erhöht halt die Feuerrate um 3%, dass wir halt einen Admiral auf Stufe 1 haben. So, hier machen wir Störsender hin. Störsender machen nämlich die anderen Schiffe langsamer. Und es führt dazu, dass sie sich nicht so leicht zurückziehen können. Silizium-Lebensformen Unter der kargen Obenfallfläche von E10-4 gibt es ein weitreichendes Tunnelnetzwerk, in dem eine Art von unterirdischer Silizium-basierter Lebensform lebt. Soweit wir das sagen können, erinnern sich die Kreaturen von Felsen. Außerdem ist es Anzeichen dafür, dass sie über eine rudimentäre Form von Intelligenz verfügen. Durch ihre Tunnel-Graberei haben sie große Mengenblatt von der Mineralien an die Oberschläge geschoben. Ist das eine... Ist das eine Anspielung auf Star Trek? Auf Orta? Ist mir nie aufgefallen. Aber es sind so viele Anspielungen in diesem Spiel drin, dass es mich nicht überraschen würde. Forschung Geotimesches Fracking Wir haben eigentlich genug Mineralien, aber Bergbaustationen wären, denke ich, ganz zu voll. Armeeschaden allerdings. Wobei, in den Systemen, die wir haben wollen, befinden sich keine Kolonien. Mehr muss ich auch nicht übernehmen. Kreative Macht ist größer oder gleich überlegen. Okay, das heißt, wir sind noch in keiner Position, da irgendwelche Forderungen zu stellen. Forschungsgeschwindigkeit, aber blaue Lasers sind mir eigentlich gesagt lieber im Moment. So, und dann können wir jetzt... Ach, wir können sogar über die 20 hinausgehen, weil wir... ...eben das eine Staatselement haben. Wo ist es? Wo ist es? Angesehene Admiralität, genau. Aber wir haben nicht die Flottenkapazität dafür. Das heißt, das würde uns mehr kosten. Construction complete. So, was wir jetzt ja gerade mal machen könnten. Es ist die Verlockung groß, noch eine... ...Jongskieserei zu bauen. Aber wir brauchen definitiv bessere Technologie. Polaris. Ich fände es langsam mal cool, die anderen Völker zu finden. Vor allem habe ich die halt die Befürchtung, dass es dürfte nicht passieren. Aber dass es nicht passieren dürfte, wird das Spiel nicht davon abhalten, es trotzdem zu tun. Und dass hier am Ende Völker drin sind, die gar nicht reinpassen. Und es darf halt Sieglervölker fehlen. So, du darfst hier, 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 hier... ...und danach kannst du automatische Erkundung machen. Und du kannst danach auch automatische Erkundung machen. Sternenfeste haben wir halt noch nicht. Aber es wäre mir ganz recht, die zu haben. Artisan Troop. Die Künstlertruppe. Das heißt, die haben es dann wieder einmal übersetzt und einmal nicht. Genau, die sind hilfreich für Einigkeit. Wir haben eindeutig... Wo geht unsere ganze Energie hin? Stationen, Sternenbasen, Gebäude. Schiffe? Gar nicht mal so viel, fähre ich fest. Dann verticken wir halt nochmal ein paar Mineralien. Die sind hier hinten. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass wir hier hinten... Ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass wir hier hinten Kontakt zu denen finden. Aber okay, sollen wir recht sagen. Ähm, Handelsabkommen schließen. Können wir Kommunikation? Nö. Dafür sind sie uns zu feindlich gesinnt, als dass wir sie uns sagen können, ob sie auch noch andere Völker kennen. Und ich schenke denen garantiert gar nichts. Gar nichts mache ich für denen. Ist ekelhaft. Vorschungslabor, wie sieht es hier aus? Wir brauchen mal noch ein Stadtdistrikt. So, Forschungsinternativen um eins erhöht. Das heißt, wir haben mehr Auswahl, wenn wir neue Forschungen aussuchen dürfen. Und unsere Forscher können... Genau, die können jetzt bis Level 7 aufleveln. Nicht, dass es uns so viel bringt, weil es halt ewig dauert, aber... Man braucht die Erfahrung ja auch nicht zu verschwenden. Ebenbürtig... Verlassener Vergnügungspark. Die Gebäude auf Siojana 2a sind nicht so alt, wie wir es zuerst angenommen hatten. Es scheint sich um einen Spielplatz und einen Vergnügungspark zu handeln. Wissenschaftsoffizier Ktollus Carpholenus stellt fest, dass viele der Vorrichtung hochkomplexe Werke sind, von denen wir noch viel lernen können. Zudem war dies in den Alien-Augen der Konstrukteure vielleicht eine modernste Sensormatrix oder sogar ein gigantisches Kunstwerk. Für uns Römer sieht das hier aber mehr wie ein Ort aus, zu dem man seine Kinder mitnimmt, dann nimmt es die Spaß haben. Wo war das? Ich hab nicht aufgepasst... Ach hier, ja. Das ist Tim Krallig mir sowieso. Nahrung von Landwirten plus 20 Prozent, das wäre sinnvoll, ja. Und Agrarsubventionen. Weltraumhandelsunternehmen. Produziert zwei Handelserfäden, Handelsknoten. Doch, komm, nehmen wir das. Das dauert nur 14 Monate und das bezahlt sich selbst. Du kannst hier was bauen. Konsumgüter brauchen wir definitiv mehr. Das heißt, hier brauchen wir definitiv mehr Handelsknoten. Was haben wir jetzt? Ach ja, die Raffinerien. Zerstörer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zerstöre. Sternfeste. Definitiv Sternfeste. Ich will lieber bessere Sternenbasen als Zerstörer, weil Zerstörer nicht. Also Korvetten sind eigentlich ziemlich stark. Die sind sogar Endgame-tauglich später. So als Zwischenschritt sind Zerstörer zwar gut und Kreuzer auch, aber... Ich finde sie nicht so bedeutend, wenn ich dafür bessere Sternenbasen haben kann. Eta-Aliens. Okay, wer sind die? Oh, wem habe ich rote Farbe gegeben? Das könnten die Asiaten sein. Also wenn die es sind, dann ist das schon mal eine Drohung weniger, weil die sind pazifistisch. Ich glaube, die können... Ich weiß nicht, ob sie mit innerer Perfektion überhaupt in der Lage sind, Befreiungskriege zu führen. Ansonsten können sie halt wirklich nur Verteidigungskriege führen. Und sie werden auch nicht wirklich Allianzen eingehen. Strategische Ressourcen. Asiaten. Hallo. Ach, die sind szenophobisch. Unsere Bombardierungsrichtlinie gefällt ihnen nicht. Die möchte ich... Ich meine, die könnte ich ändern. Mache ich jetzt aber nicht. Ja, ich habe Autorität plus 10. Gewalt kann niemals die Antwort sein. User Great. Ja, habe ich auch nicht geändert. Also ich bin mir ziemlich sicher, ob das Yu ein chinesischer... Haben sie es Kaiser genannt? Ich weiß es nicht. Aufeinandertreffen... Diskretier, was? Noch eins? Noch ein Alien-Schiff? Also was heißt Alien? Noch ein Hitler-Schiff? Oh, ach nee, das sind nur... Das sind Weltraumwale. Alles klar. Weltraumwale sind mir egal. Ich wollte schon sagen, das wäre auch sehr komisch, wenn hier noch... Irgendwo ein Volk dazwischen wäre. Moncadir, Sablissur. Ebenbürtig, vorsichtig. Können wir mit denen ein... Sie können uns aber nichts bieten, glaube ich. Moncadir, Sablissur. Hat Kriegsgrund auf Imperium Romano Ideologie ernsthaft? Wie sieht es aus? Vier Kolonien. Die haben schon Roboter gebaut? Wow. Ich meine, dass sie mehr Bevölkerung haben, war mir klar, weil innere Perfektion ihnen halt auch da einen Bonus gibt. Aber hier dauert es noch ein bisschen... Kann ich vielleicht einen verschieben? Ja, kann ich. Pass auf, da machen wir es nämlich so. Oder auch nicht. Wir müssen erstmal verkaufen. So. Und dann können wir das hier ausbauen. Und dann verschwindet diese Grundwachstumsstrafe. Wachstumsstrafe. Polo-Theater, Regierungsgießerei. Ist alles verlockend. Im Einsatz vermisst. Plasma-Werfer, Plasma-Werfer wäre gut. Kalter Fusionsreaktor. Aber dann nehme ich lieber den. Schiffsdesigner. Haben wir jetzt blaue Laser? Ja, haben wir. Wir brauchen keine veralteten Komponenten mehr. Was kostet... Ja, das kostet nicht so viel. Das kostet nicht die Welt. Und dann können wir die restlichen Schiffe direkt anbauen. Und dann hätten wir unsere erste volle Flotte. Oder was heißt volle Flotte? Normalerweise wäre es eine volle Flotte. 655. Damit sind wir immer noch unterlegen. Aber wir haben halt immer noch die Sternenbasen. Wenn wir bald noch ein paar zusätzliche Schiffe bauen, sollte sich das auch wieder verschieben. Du machst einmal hier, einmal hier, einmal hier. Es stört mich sehr, dass wir kaum Energie haben. Wir könnten hier eine... Genau, wir machen hier einen Sternenhafen. Obwohl, nein, machen wir nicht. Wir brauchen hier einen Sternenhafen. Ich möchte... Warte. Ich möchte Epsilon Eridani. Den schnappe ich mir. Und da baue ich dann einen Sternenhafen. Befehlstelle Flotte bringt uns nicht. Flottenkapazität würde uns aber was bringen. Leben Verteidigungsarmee und Festung. So weit sind wir noch nicht, dass wir ein Festungshabitat bauen könnten. Aber danach haben wir mit Flottenkapazität gar keine Probleme mehr. So viel ist sicher. Du dehnst dich in die Richtung aus. 29 Monate. Was ist hier? Hier ist nicht viel. Wir haben schon wieder zu wenig Energie. Wir müssen uns halt diesen Handelswert mal sichern. Und vor allem müssen wir uns auch mal die Ingenieurforschung sichern. Einmal. Nochmal. Dann kannst du hier... Was haben wir hier? Nein, Flotte. Ach so. Okay, alles gut. Haben wir jetzt hier... Grenzkonflikte 30. Euer Ernst? Nur weil wir an einem System aneinander grenzen? Alles klar, Digga. Wie sieht's mit Ansprüchen aus? 54. Auch 54. Es wäre mir ganz recht vorher noch eine Technologie zu haben, die das ein bisschen reduziert. Was mich jetzt stört, ist, dass sobald sie halt unser Vasall sind, wir können uns halt kein Gebiet von ihnen einfach nehmen. Sondern wir müssen sie halt wenn ganz integrieren. Und das möchte ich halt nicht. Aber dadurch ist halt auch hier alles blockiert. Okay. Aber ich weiß auch noch gar nicht, wie weit ich spielen möchte. Also Krise möchte ich auf jeden Fall machen. Aber ansonsten habe ich keine festen Ziele. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die, die ich habe, machbar sind so. Wenn ich die Völker nicht integrieren möchte. Ihre Flottenstärke ist im Vergleich zu unserer Überlegung. Das sind Pazifisten und sie haben eine größere Flotte als wir. Das ist irgendwie dezent komisch. Andererseits müssen sie vielleicht auch Leuten gewaltsam erklären, dass Gewalt keine Lösung ist. So, wir werden da gerade das... Da ist eine Anomalie. Das hier benennen wir auch mal gerade um. Generator-Distrikt. Erfahrungszuwachs. Das ist sehr gut. Wir brauchen einfach viel mehr Sternenbasen. Und wir haben schon wieder zu wenig. Hallo, du sollst bauen. Sternenfest. Ja, die Technologie haben wir aber bald, ne? 17 Monate. Wir brauchen auch unbedingt die Technologie, mit der wir mehr Energie erzeugen. Wüstenwelt, Tote-Welt. Ja, groß haben wir. Nichts mehr am Planeten hier. Kappa-Aliens. Lass mich gucken. Das... Amazon oder Trojaner? Ich habe irgendwie komplett verdrängt, dass ich dieses Schiff-Set überhaupt benutzt habe. Das ist einmal das Gleiche. Okay. Wie lange wird es dauern? Ich bin neugierig. Wie lange wird es dauern, was... Situationsprotokoll. Das sind die... Kappa-Aliens. Acht Monate. Nö. Acht Monate Sozialforschung. Lass ich dir nicht entgehen. Vorläufer, die Cybrex. Okay. Ja, passt halt nicht, ob du wirklich, aber... So, du kannst dir das hier noch holen. Recycling-Kampagne. Das hier sollten wir auf jeden Fall mal gerade reinhauen. Wachstumsgeschwindigkeit. Konsumgüter. Afford zu wachst. Hauen wir alles rein. Wir haben ja auch... Sie extra verlängert. Da kann man es auch nutzen. Die Gierungsgießerei. Ja, wir dürfen auf jeden Fall mehr brauchen. Und hier noch ein Generator, das trägt. Ein natürliches Wurmloch. Wir haben am Rand des Advertiersystems scheinbar ein natürlich aufdringtes Sobraumphänomen entdeckt. Einen Rissen der Raum-Zeitstruktur, der auch Wurmloch genannt wird. Unsere Wissenschaftler spekulieren, dass es durch den Sobraum mit einem anderen Wurmloch an anderer Stelle verbunden sein könnte. Ach stimmt, das hatte wahrscheinlich da was damit zu tun. Ähm. Moment. Ja, äh, 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 je nachdem, wo sich das zweite Wurmloch befindet, könnte es möglicherweise eine Reise von einem Ende der Galaxie zum anderen Bindhagen ermöglichen. Unglücklicherweise ist dieses Wurmloch wie die große Meer als einer Art von Naturhaus instabil. Jegliche Schiffe, die dumm genug wären, ihn durchzufliegen, würden in Sekunden schnell zerrissen werden. Wenn es doch nur stabilisiert werden könnte. Verlassenes Sternentor... Ach, L-Cluster. Wir sind auf ein weiteres verlassenes Sternentor gestoßen, diesmal im Xucanis Black Hole System. Es scheint vollständig aus mikroskonomisch kleinen Naniten gebaut worden zu sein, die ein uns unbekanntes Design haben. Im Gegensatz zum vorherigen Sternentor wurde dieses seit seiner ursprünglichen Konstruktion erheblich modifiziert. Seine Verbindung mit dem Rest des Netzwerkes wurde unterbrochen und stattdessen ist das einzig gültige Ziel eine unbekannte Sternengruppe direkt hinter unserer Galaxie, die von unserem Astronomen als L-Cluster bezeichnet wurde. Obwohl das Sternentor eine schwache Energie-Energie-Signatur ausstrahlt, wurde es scheinbar absichtlich in eine Art Wartungsschleife eingeschlossen, die seine Aktivierung verhindert. Bis wir einen Weg verhindern, um diesen Prozess abzubrechen, bleibt das L-Cluster außerhalb unserer Reichweite. Ähm... Mit solchen Abscheulichkeiten kann es keine Verhandlungen geben, aber es sind die... Ja... Das hätte ich nicht verhindern können. Das Problem ist... Ähm... Es gibt halt einen Planeten, der erzeugt werden kann, mit einem Schild rum und da läuft eine Zeitschleife drin ab. Und irgendwer... Ich weiß nicht, ob es von selber passieren kann oder ob eine der anderen Völker da dran war, hat die Zeitschleife geöffnet. Und deshalb haben wir jetzt hier die süßesten fanatischen Säuberer, die es im Spiel gibt. Lady Säuberer Schn... Schnuckbripp. Alles klar. Wir sind Xeno-Abschaum. Aber sie haben Kontakte zu... Grenzen schließend beleidigen. Moment. Erstmal... Nee, Moment. Warte, können wir? Können wir? Nein. Schade. Sonst könnten wir uns... Könnten wir vielleicht erfahren, was es mit den anderen auf sich hat. Aber hoffentlich... Oh, ich hoffe, die anderen Völker werden jetzt nicht von denen hier. Das wäre irgendwie nicht das, was ich will. Rivalität. Und einmal beleidigen. Nee, die gefällt mir nicht. In den Mülleimer der Geschichte. Das ist einfach der größte Diss, den du hier raushauen kannst. Alles klar. Natürlich läuft nie irgendetwas, wie man es sich vorgestellt hat, oder? Wir brauchen definitiv mehr Sternenbasen. Habe ich das schon erwähnt? Von besessenes Systemen. Ja, wir bekommen halt eins noch dazu. Da würde ich nämlich hier gerne einen Sternenhafen draus machen. Um hier halt Hangar und so Sachen so reinzupacken. Und hier packe ich dann Handelsknoten rein. Dann ist das abgedeckt. Die andere Sache wäre halt hier abdecken. Kalte Fusionsreaktor. So, UV-Laser sind verlockend. Gravitonsensoren auch. Aber wir nehmen das hier. Armeeschaden. Neue Autokanonen. Synthetische Kristallanlage. Das finde ich am Spiel halt wirklich komisch. Man kann die exotischen Rohstoffe selbst erzeugen, bevor man überhaupt die Möglichkeiten hat, die natürlich vorkommenden abzubauen. Also, warum kann ich diese Kristalle, die wir hier in diesem System haben, nicht abbauen, aber ich kann selber welche aus meinen Mineralien machen? Das passt nicht. Ja, so von Jobs und Armeeschaden. Aber ich nehme lieber das. Und dann machen wir unsere Flotte auch mal bei der Gelegenheit größer. Ebenbürtig Flottenstärke überlegen. Ich würde ungern den Asiaten den Krieg erklären, solange die Wikinger nicht unter unserer Fruchtel sind. Biest, ich kann euren Gestank schmecken. Und jedes Mal fürchte ich, dass ich mich durch ihn irgendwie angesteckt haben könnte. Das passt nicht. Die Stimme passt nicht zu ihm hier. Oder zu ihr. Es ist ja... Ich darf nicht ihr Gender assumen. Da ist ein Everdrake drin. Und mit dem können wir uns definitiv noch nicht annehmen. Aufeinandertreffen in Great Wound. Oh ja, das ist das System voller schwarzer Löcher. Kann ich sie nochmal beleidigen? Ja. Mülleinmal der Geschichte. Ja gut, zweimal ist der auch nicht lustig, aber... Eure Speze scheint jeden Tag noch widerwärtiger zu werden. Wir können sie nur einmal im Monat beleidigen. Genau. Genau, Spiel. Das sind die Sachen, die man unbedingt reglementieren muss. Oh, wir können jetzt eine größere Flotte unterhalten. Das wäre doch mal sinnvoll. Wie groß ist... 927. Das ist nicht so... Obwohl, wir sind jetzt ebenbürtig. Wir haben hier leider keine... Keine Sensoren. Wir könnten mal gerade... Aber das könnte zum Krieg führen. Ich möchte das ehrlich gesagt noch nicht. Das Problem ist auch... Ich brauche eigentlich zwei Flotten. Da komme ich nicht drum rum. Ich brauche unbedingt zwei Flotten, sonst können wir das vergessen. So, fang schon mal damit an. Und dann geht die erste Zenturie nach hier. Kriminalität minus 15 Prozent. Dienstleistung plus 5 Prozent. Bewunderkeit hätte den Vorteil. Wir haben nicht genug Dienstleistungen. Wir müssen auch, glaube ich, das nächste, was wir machen sollten... Kontrolltheater, damit wir unsere Traditionen füllen können. Das ist zwei. Nichts, also... Ihr seid die zweite Zenturie. Und ihr... Geht in das... Flimes-System. Und ihr kriegt... Am besten... Auch einen Anführer. Und zwar... Einen mit... Ach, ja, Waffenreichweite. Das soll mir recht sein. Ah, Ressourcenknappheit mal wieder. Also, auf vier mache ich einmal Planetenwachstum fördern. Und hier auch. Dann verticke ich hier einmal tausend Mineralien. Aber das kann ich nicht ewig. Forschungsgelder. Das muss weiterlaufen. The show must go on. Ich brauche definitiv mehr Energie. Mehr Energie? Energie-Credits. So, das sollte hoffentlich ein bisschen was bringen. Physik-Forschung. Produkts... Chemische Bepflanzung. Wat? What?